Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort heute. Im sonntäglichen Evangelium hören wir heute davon, wie Jesus zu Petrus sagt, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Ja, Jesus will auf etwas Beständigem die Gemeinschaft der Glaubenden seine Kirche bauen. Amen. Worauf baue ich? Was ist mein fester Grund, auf dem ich stehe, auf dem ich mich bewegen kann, der mir Sicherheit gibt? Zu diesem Gedanken möchte ich heute euch einladen. Und wie immer für euch den Segen Gottes, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen einen guten und gesegneten Sonntag.